hallo freunde es soll ein abdeck gehen das ist anfang märz und ihr wollt sicher wissen wie es weitergeht nachdem wir oben im august die nordkap umrundet haben oben nördlich von honstra die nördlichste spitze und wir haben ja gezeigt wie wir dort ankern und ich will euch kurz erzählen wie es weitergeht anfang märz eingeschlossen von der pandemie die pandemie hat die ganze welt im griff keiner weiß so richtig ob man reisen kann wie es weitergeht ich habe schon einiges gehört portugal zum beispiel sind alle häfen geschlossen man kommt da wohl sportboot segler nicht rein eigentlich unvorstellbar wenn man draußen in seenot vielleicht gerät ist der hafen geschlossen das weiß ich alles nicht so richtig und das gilt es halt zu überprüfen also nicht dass ich jetzt auch portugal will also den plan gibt es bei mir nicht mein plan ist erstmal ich bin jetzt in norddeutschland bin jetzt noch bei antje und sie kommt dieses jahr nicht mit oder begleitet mich erstmal nicht das müssen wir dann mal sehen im laufe des jahres wie sich das verhält mit der mit den reise möglichkeiten und mit der chance mit dem flieger nachzukommen so das wissen wir alles noch nicht ist alles noch recht ungewiss ein guter freund michael johansen der bringt mich nächste woche zur fähre oben in hitzhals in dänemark von da aus geht die fähre denn nach isla nach senisvidur für drei tage ich werde auf der fähre sein mit meinem ganzen gepäck mein ganz übergepäck werkzeug und alles was ich noch mitbringe für mein boot ersatzteile und paar kleinteile noch und werde dann in sedes für mir einen mietwagen nehmen um dann einmal über die insel zu fahren ich weiß noch nicht über die nordroute nehmen oder die südroute dass die südroute ist etwas länger aber dafür vielleicht entspannter vielleicht nicht allzu viel frost und glatteis also das muss ich ja mal sehen wie es vor ort läuft oder wie überhaupt meine reisemöglichkeiten auf der insel sind ich weiß es noch nicht ich habe ja die bürger id im prinzip steht nichts dagegen dass ich auf der insel reisen kann das einzige problem wird sein dass wir nach dänemark kommen aber mit einem fährt ticket dürfte das gar kein problem sein wie es weitergeht für dieses jahr ich habe keinen so richtigen plan mal wieder das erste projekt ist ich werde 40 tage quarantäne ausprobieren 40 tage autark irgendwo in hornstrandier ohne kontakt zur außenwelt ohne richtigen kontakt ich habe ein kleines inredsch und kleinen satelliten navigationsgerät das über satelliten nachrichten verschicken kann erzähle ich später vielleicht noch mal was dazu zu der technik kommunikation ich werde diese 40 tage im norden verbringen in den fjorden 40 tage ohne anlegemöglichkeiten ohne zufuhr von energie lebensmittel oder kontakt zu anderen seglern oder fischern da oben ist wirklich menschenleer da oben das werde ich mal ausprobieren wie es sich anfühlt mal autark lang unterwegs zu sein also ich werde auch unterwegs sein ich werde entsprechend dem wetter werde ich das anpassen wo ich in welchen fjord ich ankere vielleicht fahre ich auch noch mal zurück zum kap horn oben in diese wunderschöne bucht in der letzten folge haben wir berichtet wie wir zum kap horn gesegelt sind und wie wir da oben geankert haben viel zu früh sind wir dann aufgebrochen weil ostwind drohte starker ostwind und sind dann los aus der bucht heraus um einschwung bei den leichten wind noch ums kap herumzufahren doch draußen wehte kein lüftchen auch nach vier stunden stellte sich gar kein wind ein absolute flaute glattes wasser keine wellen kein kappel wasser und es ging unter maschine weiter zum zurückfahren war der strom zu stark das bringt ja gar nicht dagegen an wieder zurückzufahren vielleicht kommt der wind doch noch die strömung ist da mit über zwei knoten ist doch schwierig also sind wir weiter motor anker platz gesucht das ist echt spätig um die eine bucht adalweg die firme auf da sind wir dann rein da habe ich gesagt das müssen wir probieren ob wir da nicht bleiben können bevor wir noch 25 meilen weiter nach isa für duo motoren das bringt ja gar nichts also sind wir rein in die bucht war dann doch noch ein bisschen eine abend frise so dass ich segel setzen konnte das letzte stück dann sind wir zum anker platz motor um dann auf sieben neun meter ungefähr wassertiefe und schön zu ankern haben auch einen schönen platz gefunden das war fantastisch hatten dann noch ein super sonnenuntergang abends das war richtig das war eine gute entscheidung dass wir da rein gefahren sind und während antje noch mit dem armbot beschäftigt war habe ich mein angelroute genommen und die zeit gestoppt und habe wirklich in zehn minuten zehn dorsche gefangen so einen berg um ordentlich mal vorwärts zu gehen wieder trockenfisch anzusammeln oder zu horten und für den kühlschrank war was dabei und was zum fermentieren zum einlegen um dass wir in öl vier wochen haltbar zu machen also das war echt ein lohnenswerter angelausschlug peter jai nächsten morgen der himmel begrüßt uns mit leichten dieselregen leichten nordwind das war ganz gut ich habe trotzdem nur die genua gesetzt vorne ein segel ich wusste nicht wie die winde so an den nächsten kap sind die bucht adalwijk liegt da südlich von diesem kap straumnis kap straumnis ist das naturschutzgebiet mit der größten polarfunkspopulation wir haben leider keinen gesehen auch am nächsten morgen bei dem trüben wetter noch nicht ja dann sind wir bis zum kap rum hinter kap tatsächlich dann absolute flaute wirbelwind gegen an kappelwelle drehende winde also musste die maschine noch mal ran um dann endlich als es dann offen war vor hornstrandier dann mit einem segel nur stramm bei knapp 20 knoten über den eisfjord zu segeln bis wir dann südöstlich kurs aufnehmen konnten richtung isa fedur das haben wir dann geschafft und wahlsichtung war noch dabei und auch zwischendurch ein paar windhosen ein paar windwirbel kleine tornados auch das haben wir zum glück nur mit einem segel ab wettern können oder absegeln können der wind kam ziemlich von hinten das war ganz gut so Musik 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 Für mich ein komisches oder eine Art Glücksgefühl Ja, kann man so sagen Richtung Isafördür Die Anfahrt von Isafördür Als uns Freunde entgegen kam Die Aurora, die isländische Aurora Die immer mit Besatzung bis nach Grünland schippert Und mehrmals im Sommer hin und her pendelt Und die Fahrt Richtung Hafen Die Silhouette von Isafördür Dieser Kurs rein Am Flughafen vorbei Richtung Polurin Diesen großen inneren Fjord von Isafördür Bis in den Hafen rein Um dann wieder Freunde gleich zu treffen Und Hallo zu sagen Ein unwahrscheinlich schönes Gefühl Und eine gute Entscheidung Hier nach Isafördür zu fahren Leider haben wir die Rechnung ohne den Hafenmeister gemacht Er hat keinen Platz für uns In Isafördür für den Winter reserviert Also das zeichnet sich noch schwierig ab Weil hier oben gibt es nicht die Auswahl Dass man jetzt woanders hin kann Oder zwitschen kann zum anderen Hafen Isafördür ist der beste im Moment Im Norden und da müssen wir immer schauen Aber das zeige ich in der nächsten Folge Was wir da raus haben Option war Mast legen und rauskranen Oder halt einen anderen Hafen aufzusuchen Aber das müssen wir dann mal sehen Wir haben uns gerade in die Marina verholt hier In Isafördür Weil das draußen an der Muring das geht gar nicht da hinten Wenn man die Boote sieht da hinten Ich suche da mal rein Die tanzen da ordentlich die Boote Wir liegen jetzt hier im Betonsteg Oder wie sagt man zu einem festen Pier Und vielleicht gibt es heute noch ein Bier Wir liegen jetzt mit der Nase im Wind Heute kommt aus Süden Und pfeift ordentlich raus aus dem Fjord Und jetzt ist Niedrigwasser Kann man so die Pocken sehen hier Und auch unsere Strammelein Das zieht jetzt ordentlich Und da baue ich jetzt mal einen Ruckdämpfer ein Wenn es hier ordentlich weht Wenn die Böen kommen Dann ist es ganz gut Dann ist es nicht ganz so hart eindruckt hier Das Tidenhub ist heute nur 1,80 Meter Und heute Abend oder heute Mitternacht sind wir dann wieder oben Das ist ja Top Jetzt müssten wir die Leiter da vorne hochsteigen Oder hier durchs Holz klettern Das geht auch natürlich So, den werde ich jetzt hier austauschen Gegen einen Ruckdämpfer Dass es nicht so knarrt und nicht so hart ein Ruckdämpfer ruckt hier immer Die Knarre ist vorbei Jetzt ist auch gerade kein Wind Also die Böen kommen immer nur stellenweise Aber der Ruckdämpfer kann jetzt hier Die beiden habe ich nochmal als Reserve Falls das alte Sahel hier durchreißt Das ist auch bloß hier durchgezogen Also das ist auch nicht die beste Lösung Aber der Ruckdämpfer ist top Auf jeden Fall knarrt es nicht mehr So, und dann muss ich noch eine unglaubliche Geschichte erzählen Der Fender hier Den habe ich heute gefunden Beim Spazierengegen im Hafen Und da steht Kann man das sehen Da steht X-Trip drauf Das ist meiner Den habe ich vor zwei Jahren hier verloren Im Winter Da ist das Seil hier durchgerissen Und der Ware weg Und den habe ich heute wiedergefahren Ja Wieder ein verlorenes Kind Wiedergefahren Von Böen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020